Servus Leute, heute habe ich eine Runde für euch auf Wutz und zwar war ich da mit meinem zweiten Account unterwegs und habe die Quest für Jäger gemacht, ich weiß gar nicht wie sie heißt, drei Scaffs töten und sich nicht heilen, also keine Mets verwenden. Gleichzeitig habe ich noch Scaff Kills mit der 12 Gauge gemacht für Punisher 4 und ja, für so eine Aufgabe wünscht man sich eigentlich einen ruhigen Raid, schnell drei Scaff Kills und wieder raus, aber es kam ein bisschen anders und ja, ich wurde da auch noch etwas unter Druck gesetzt, überraschenderweise, aber das Ganze auch in, ja, ein bisschen mehr als zehn Minuten, glaube ich, da ging es echt zur Sache dafür, dass ich mit dieser Quest unterwegs war. Schaut es euch einfach an, ich bin übrigens noch täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr nochmal vorbeischaut, Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. So, Siegur, na, wie läuft's? Länger nicht gesehen. Und danke, dass dein Prime bei mir lässt. Willkommen zurück in der Abo-Falle, danke für 22 Monate. Sehr aufmerksam. Oh mein Gott, oh shit, ich weiß, oh shit. Der Arme. Ich weiß, was er machen wollte. Der denkt jetzt halt, oh mein Gott, der kämpft da rum. Oh mein Gott, ist die ungenau. Schon Tracksuit, aber mit Sicherheit nicht. Es lebt sie, sehr gut. Tracksuit, kein Bock mehr auf die Quest. Eins, Gav haben wir. Und Prime Slay, dankeschön für den Tier 1, den ganz frischen. Willkommen in der Abo-Falle, danke für den Support. Und Servus, wie geht's? So. Ey, die Shotgun ist halt sowas von runter, deswegen ist die, glaube ich, so ungenau. Kann das sein? An welcher Quest? Wow. Okay. What the fuck, da hockt einer. Tracksuit? Äh. Ja. Ja. Naja. Natürlich, du musst 600 Raids circa spielen oder so. Oder 600 bis 800, keine Ahnung. Von daher, klar, da versengst du Kohle drin. Also, die Quest ist fertig, wir gehen Richtung Exit. Ich konnte gerade nicht mehr auf die Shotgun wechseln. Das war nicht möglich. Ich darf keine Metz verwenden, sonst ist die Quest gescheitert. Wir laufen mal hier oben lang. Safety Route. Gut. Ähm. Ich stelle gleich was rein für den Shimec. Wäre cool, wenn den jemand kauft. Und dann könnte ich die Quest machen. Ich hatte den schon so oft, ich habe ihn bloß einfach verkauft. Falls jemand einen grünen Shimec im Inventar hat. Sky-Fvag-Fvag-Fvag-Fvag-Fvag-Fag-Fag-Fag-Fag. Sojus. Genau. Schauch! ャch. Schauch! Schlaste! Skauch! Sie compiler suscribilen zu vol. Okay. Ja, ja, beruhigt euch. Lauter Anfänger hier. Gib mir. Die hauen einfach mal weg. Hier ist ein Stash. Ich hab was. Oh mein Gott. Keine Blutung, Gott sei Dank. Ich darf mich nicht hielen. Dafür, dass ich eigentlich bloß schnell drei Scavs töten wollte, ohne Metz zu benutzen, habe ich jetzt schon vier PMCs gekillt. Okay. Joa. Das ist zur Hölle. 100 Mal Killer töten. Ja, dann kriegt man den Dragsuit. The Stylish One heißt die Quest. Ich mörder. Der hatte wirklich Schaum vor dem Mund. Der hatte Schaum vor dem Mund und wollte mir richtig einen einschenken. Ich mörder. Der wollte mir ans Leder. Okay. Der Adidas Jogginganzug. Genau. Der gerade verreckt. Der wurde gerade erschossen. Haben die alle Tollwut? Oh ja. Bambis mit Tollwut-Virus. Heute, heute, ne? Keine Ahnung. Bambis mit Tollwut sind extrem gefährlich. Genau. Eingeschläfert mit der RD. Klappt gut. Also, zum Bambis-Einschläfern ist das ne gute Waffe. Moin Mighty Max, wie geht's? Oh Gott, er hasst mich sowas von. Oh mein... Da ist noch einer. Oh mein Gott. Wo kommen die alle her? Habe ich den? Ich habe keine Ahnung. Die RD hat auch schon so gute Werte. Ja, das auf jeden Fall. Gehen sie extra ganz da hinten rüber und dann komme ich hier. Okay. Okay, ich muss raus hier. Eieiei. So, jetzt wollen wir mal hier nicht übertreiben. Oh, shit, Laser. Laser war hier gerade. Run, 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 run. Schade, dass ich den da hinten nicht erwischt habe. Mir geht es nicht sonderlich gut. Nee, es hält sich in Grenzen. Es zwickt. Ich habe ein bisschen Bauchy-Fauchy. Gott. Ich kann dir froh sein, dass ich nicht blute. Was zur Hölle. Ohne Mist. Mega lucky, dass ich nicht blute. Aber ich bin auch genau die Route gelaufen, bei der ich in alle Spieler reinlaufe. Was sagt ihr? YouTube oder nicht? Wir machen jetzt hier mal YouTube draus. Kommt. Oh. Oh. Oh, oh. So rum. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Noch kurz verdrückt. Macht mal Hallo YouTube im Chat. Dafür, dass ich bloß hier die, ähm, die Quest machen wollte. Waren es fünf Kills und der sechste ist mir noch gerade so entwischt. Und, äh, ja. Macht mal Hallo YouTube, swampt mal ein bisschen. Oh, wunderschön. So. Erste Nachricht. Hallo YouTube. Prime Slay. Ich bin begeistert. Servus. Gut. War zwar nicht der längste Rate, aber er war recht unterhaltsam. Kann ich sagen. Guten Morgen. Chat hier wieder aus. To get away, to see you again, see you again, been fighting ways, to get away, to see you again, see you again.